Der nächste Tag bricht an. Der Tag der Entscheidung für Uwe. Das war gestern schon, ja ich sag mal, eine knifflige Situation. Und ich hoffe, die haben sich jetzt ein bisschen beruhigt. Und da muss ich auch noch fragen, ob sie mich überhaupt weitermachen wollen, weil da war ja gestern ein bisschen was im Argen. Wollen wir mal fragen. Guten Morgen. Morgen. Hi. Kommt der Ruhm? Ja. Die letzte Nacht war sehr emotional, weil Uwe völlig am Ende war gestern. Gestern ging mir es gar nicht gut. Ich habe ihn versucht zu motivieren. Den Spaß habe ich gestern komplett verloren. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich weiß es nicht. Ich habe die Entscheidung getroffen. Bist du noch so offen? Ja. Aber alles gut. Wir reden nicht mehr über gestern. Weil alles irgendwann vergeht. Uwe, ich möchte dir mal was sagen. Ich sag es halt einfach, dass ich mich genau mitgekommen bin. Vielleicht war ich ja gestern etwas Schufel zu dir. Aber ich glaube, du hast das gebraucht. Das war gestern ein Worst-Case-Szenario. Aber es ist bei dir angekommen. Weil du ärgerst dich. Und solange du dich ärgerst, habe ich recht. Wenn du dich nicht ärgern würdest, dann hätten wir ein Problem. Und das macht mich so ein bisschen stolz. Und darum werden wir heute auch etwas machen. Erst mal meine Fragen. Machen wir weiter oder nicht? Wir machen weiter. Ja. Ich bin sehr erleichtert. Ich freue mich jetzt auch auf das, was jetzt noch uns erwartet hier. Er hat vielleicht, ich will es mal so sagen, mit dieser Art und Weise vielleicht doch einen kleinen Schalter umgelegt im Kopf. Wir brauchen jetzt etwas Software. Ich weiß einfach nicht, wie wir die Leute in das Restaurant kriegen sollen. Geht nicht, gibt es nicht. Es gibt eine Lösung. Darum werden wir heute eine Marketingmaßnahme in Bad Hersfeld angehen. Wir müssen raus hier. Wir müssen auf die Menschen zugehen, damit sie auf euch zukommen. Und dazu brauchen wir ein Essen, was wir verteilen werden. Und da gestern das große Thema Brotsuppe war, habe ich mir gesagt, die kochen wir. Es ist wichtig, dass natürlich auch die Leute uns kennenlernen. Viele wissen gar nicht, dass es das hier oben gibt. Das ist bestimmt ganz spannend. Du kannst lustig werden. Uwe springt über seinen Schatten und ist wieder an Bord. Genau, schneidest du in Würfel, ein bisschen Olivenöl. Gerade Suppen und Soßen brauchen einen guten Ansatz. Also das ist die Grundlage schlicht hin. Dafür Möhrchen anschwitzen, Knollen-Sallerie schälen und Petersilie klein hacken. So, das sieht schon sehr gut aus. Ich brauche ein Stück Butter. Ich achte ja dann immer so auf meine Figur und auch, dass man jetzt nicht so viel Butter nimmt. Rosins Fettkampf macht heute mal eine kleine Pause. Die Franken in der Küche macht Spaß. Zwiebeln und Knoblauch verträgt der Brotsuppenansatz in rauen Mengen. So, ich mache dann schon mal die Chorito. Die Chorito. Riech mal. Sehr lecker. Super. Gut. Noch eine steife Prise Zucker übers Gemüse streuen, dann geht's zum Brot. So, hier das Brot jetzt schön rösten lassen. Und wenn es dann schön braun und toasty ist, dann kommt es dann schön rein. Während Andrea frische Petersilie zerkleinert, angelt Uwe das geröstete Brot aus dem Ohr. Dies wandert nun nahtlos ins Süppchen. Aber nicht komplett, denn ein Rest wird erst am Ende darüber gegeben. Noch etwas Brühe hinzugießen, umrühren und fertig ist das Werk. abhacken, los. Wir haben schon ein bisschen was vorbereitet in der Stadt. Und dann machen wir Marketing. Ich freue mich, dass ich das mit Andrea weitermachen kann. Und was ich wirklich auch toll fand, dass Uwe jetzt losgelassen hat von all seinen alten Sachen und jetzt auch wirklich mitmacht. Und das finde ich toll. In der Kur- und Festspielstadt Bad Hersfeld hat unser Team die geheimnisvolle Marketing-Aktion bereits aufgebaut. Die Frage, was es wohl damit auf sich hat, zieht allerlei neugierige Blicke an. Beste Voraussetzungen also für einen durchschlagenden Werbeeffekt. Die sagten wir so schön, ich habe was vorbereitet. Die beiden wissen ja noch gar nicht, was für eine Marketing-Aktion wir jetzt machen. Ich habe nur gesagt, es gibt heute noch eine Überraschung. Ich bin total aufgeregt, weil ich ja gar nicht jetzt weiß, was uns jetzt hier erwartet. Eine völlig neue Situation für Andrea und Uwe. Die Aktion, die inmitten der historischen Altstadt auf das Betreiberpaar wartet, soll ein wichtiger Baustein für die Zukunft von Grimms Hütte werden. Hi. Hi. Hallo. Jetzt machen wir Marketing. Wir haben da mal ein bisschen was vorbereitet. Haben wir sehen. Ein Truck samt überlebensgroßer Werbetafel in der Fußgängerzone sorgt für reichlich Aufsehen. Guck mal, die warten schon auf euch. Und jetzt werden wir super verteilen. Werbezettel verteilen. Wollen wir loslegen? Ja. Ja? Komm, dann machen wir's. Ehe man sich's versieht, schwingt Andrea die Suppenkelle und Uwe wächst in kürzester Zeit in die Rolle des Marketing-Chefs. Einmal eine Suppe, Brot-Suppe. Du kannst auch gleich eine Suppe. Komm schon. Junger Mann, kommen Sie ruhig mal mit. Jetzt essen Sie mal eine schöne Suppe. Probieren. Eine Brot-Suppe von der Grimms Hütte. Einfach vorne abholen. Total lecker. Ihr könnt ruhig ein bisschen näher rankommen hier. Da muss ich nicht so weit laufen. Einfach mal zu uns kommen. Da fing dann so ein bisschen an, auch sich der Schalter umzulegen, wo ich mir gesagt hab, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann fing's auch an, irgendwie spaßt du mal. Da war's eben wieder der alte Uwe. Und das war nochmal der Punkt, wo er gesagt hat, ich glaube, du hattest recht. Das war das erste Mal, dass er das gesagt hat. Und ein befreites Lachen sagt mehr als tausend Worte. Aber wie schmeckt denn eigentlich das Süppchen? Haben wir jetzt schon. Das ist super. Das ist super. Lecker. Sehr gut. Ich würde gerne nochmal vorbeischauen. In dem Restaurant. Schon bald ist klar, die Marketingaktion in Bad Hersfeld ist ein voller Erfolg. Zeit für den Sternekoch ein erstes Zwischenresümee zu ziehen. Das ist genau das, was die brauchen. Also die Gäste und das Restaurant. Das ist genau das Essen, was gekocht werden muss. Eine schöne durchgezogene Brotsuppe. Oh, ist das lecker. Und wie geht es Andrea inzwischen an der Suppenfront? Also es läuft richtig gut. Und ich denke mal, dass auch den Gästen hier die Suppe schmeckt. Irgendwann ist der letzte Flyer verteilt und das Betreiberpaar merkt, dass sich etwas bewegt hat. Glücklich, zufrieden, nicht mehr so aufgeregt, nicht mehr so angespannt. Für mich ist das mein Element sowas. Mit Gästen umgehen und das ist halt meine Welt. Und deswegen gefällt mir sowas auch. Das läuft ja was. Aber so muss das auch sein. Und das ist deren Chance. Und das sind die Gäste, die sie brauchen. Damit sie dort hinfahren, essen und die beiden Geld verdienen. So, morgen großes Finale. Und ich bin gespannt, ob wir das, was wir jetzt hier aufgebaut haben, ins Finale morgen projizieren können. Müssen sie, sonst schaffen sie.